Meine Cousine, die so alt ist wie ich, gell? Die ist ja schon ganz lange berufsunfähig. Die ist halt psychisch behindert. Und das finde ich auch so dramatisch. Die lebt so alleine, ne? Und dann wird man so verstorben irgendwie. Ich meine, er ist ja nicht alleine. Das ist ganz schön. Aber für jeden schwierig. Ja, für jeden schwierig. Also, und dann arbeitet sie ja nicht, ne? Sie kann ja nicht arbeiten. Was ist denn, wo die Grunde kommen? Borderline, denke ich. Ich weiß es nicht genau. Was ist denn dazu? Das ist ja voll. Ja, schon mit dem Schaffner im Club. Ich habe keinen Sinn. Echt? Das ist ja ein süßes Kind. Wie? Schaffner im Club. Kaffee. Noch schon bei der Annalena. Und dabei haben wir einen so einen Calif? Die Sendung. Die Sendung. Oder die Sendung. Die Sendung. Der hat im Zug, ich bin ja immer Zugfahrt, der hat im Zug immer auch was Geschenkrieg von den Süßigkeiten und Vorschlägtieren, was mir immer ein Gelung mit heimbracht hat, was der Jona geschenkt hat.